Grasbeißen. Ey, oh nein. Ich hab doch, hä? Ach man, naja, egal. Einen Rotpunkt brauch ich nicht. Wird überbewertet. Brauch ich nicht. Komm hier, Zahnbuster. Dafür hab ich noch Platz. Dafür hab ich noch Platz. Geil. Und dahinten an dieser komischen Mildhüte. Ich glaub nicht gleich einer auf den Berg da runter weckschießen. Fließ, Junge. Jetzt haben wir's da weg. Was wühlt da drin? Ist da was? Ist doch nichts, oder? Fensterreiniger. Ach so, okay. Das war's. So, und wo wo gucken wir jetzt hin? Da, wo zwei Scafs sind. Zwei Scafs. Mehr nicht. Zwei Scafs haben wir vielleicht vorne am Scafhügel. Die Arschler Scafs gerade. Ja. Ja, nützt ja nichts. Aber von der Seite sind die dumm, wenn wir von der Seite kommen. Sonst ein Lkw oder E-Werk, ja. Irgendwo. Von der Seite sind die dumm. Ja. Ich bin gespannt. Wenn du sie nach links drehst, sind die dumm, Junge. Gut, du siehst sie eher, ja. Ich hoffe bloß, dass jetzt hier, wenn noch nicht irgendeiner da von da drüben uns sieht, wie wir hier rennen. Wahrscheinlich kommt ja in der A-Garant. Das kann auch passieren. Zur Jägerhütte da unten. Bei unserem Glück. Alter. Kommt nie einer, weißt du? Und heute kommt einer. Lass uns das mal hier ein bisschen Luft holen. Oh, es frisst und säuft. Ja, mach ich mit. Wenigstens was essen. Genau. Da ist ja schon Schimmel dran an dem Zeug. Ist egal. Lass, weiter geht's. Dann müssen wir zum LRW. Naja, dann. Du musst vor, wenn hier einer um der Ecke steht, dass ich ihn dann erschießen muss. Da ist einer hinterm Baum. Hier hinterm Baum vor mir an den Kisten. Minus. Nee. Sag Bescheid. Ich renne hier rum. Okay. Nummer eins. Hat mir einen Bruch geschossen, der Idiot. Da steht er noch hinterm Baum. Noch einer? Ja. Verpackt hier. Und da hinten ist noch einer. Es sind mindestens zwei hier. Bin ich. Hier vom Baum. Direkt hier vom Baum. Da. Und da hinten ist noch einer. Du darfst nicht zurücklaufen, sondern vor. Haben. Okay. Warte, der andere noch. Na, den hole ich jetzt. Ja. Okay. Braucht es ja nur zwei. Ja. Dann wird das ganze Bild verspannen. Wegen dem Bruch. Golden Star rein. So, gut. Abgehakt. Jetzt können wir uns rausmachen. So gesehen, ja. Gucken wir mal, ob der andere Rucksack vom Papa hat. Hat er. Alles mitnehmen und dann rasch ich. Ja. Aber auch mal Erfolg. Ein Wahnsinnserfolg. Unser bisher am besten. Nee, wir waren schon auf Leiters, waren wir schon ein bisschen erfolgreich. Mhm. Aber. Vielleicht hast du ja noch mal Glück hier vorne am Sniperfelsen. Mhm. Das will ja erst mal gehen. Du musst dann auch die Seite drüben dann ab-aimen. Mhm. Und du hörst dir bellen. Ja? Ja. Aber. Auf Ressourf gibt es keine. Ja, eben. Da gibt es eigentlich gar keine. Das ist schon komisch alles. Ja, also erstmal noch was hier. Ich habe einen Skeffkriegel gehört. Ich höre auch einen, ja. Ich darf es noch mal zu Ende. Komm, friss hin. Friss hin. Oh, ist denn da jetzt gut. Stimmt, unten am Bunker, hm? So, bitte mal. Ey, bist du oben am Strommast? Nein. War das ein Skeff? Das war doch ein Spiel. Ja, nein. Ach, ich bin tot. Ach, Mann. Das gibt's doch nicht. Ich hab ihn. Gott sei Dank. Ich hab ihn so oft getroffen. Der fällt einfach nicht. Hab ich schon PS. Was soll ich noch machen? Hitler. Genau. Melden. Jawohl. Genau. So ein Arschloch. Genau. Der sah schon aus wie Hitler. Er hat auch gespielt wie Hitler, Junge. Ja. Hitler ist gefallen. Er wollte aber die Russen über die Flanke angreifen. Das hat nicht funktioniert. Ach, es schießt den Kopf ein paar Mal in Wands aus der Hüfte und da fällt nicht. Versteh ich nicht. Hitler. Soll ich manchmal was wegschmeißen? Ja, die Waffe blöd. Meine gute AKM. Guck, der PP hat geregelt, Junge. Gar nicht so schlechte Munition. Mhm. Das dauert zwar eine Weile, aber du kriegst einen kleinen. Da hat sich die Runde trotzdem gelohnt für mich. Mhm. Scheiß, wie es gäbe. Dass ich die scheiß blaue Scheiße ausziehen kann. Noch irgendwas? Kopfhörer schmeiß ich mit weg. Das blaue Zeug, das brauchst du eh nicht. Das ist runtergeschossen. Das brauch ich nicht mehr, ja. Mhm. Das ist vorbei. Hast du gute Munition drin gehabt? PS Plus. Okay. Wasser. Es ist die Runden, das. Ach, überlebe und entkomme aus dem Bereich, als da. Na ja, gut. Das kriegen wir schon nochmal hin. Da brauchst du keine Schlumpenuniformen dafür. So sieht's aus. Da hörst du mich schon weiter mal aus dem Wutzen. Ja. Jetzt muss man die Idioten noch fertig machen. Ready for Wutz, Junge. Ja. Gott sei Dank, den Mist weg. Bin ich froh. Klaus mir. Hast du eine Uniform bloß benötigt? Oder bist du ein paar Mal verreckt? Ja, zwei, drei Mal haben wir. Ach so. Geht noch. Das ist okay. Aber wie ist das an dem Skeff? Wir haben doch ein Skeff gehört. Oder ist das? Ja, ja. Deswegen. Da ist der Sniper da hinten. Da ist der Sniper da hinten. Da ist der Sniper da hinten. Wir haben Hitler erschossen. Ja. Das ist geil. Wir haben Hitler erschossen. Was Stauffenberg nicht hingekriegt hat, haben wir vollbracht. Ja. Geil. Ja. Geil. Mischwein. Ich bin ja auch noch nicht raus. Mhm. Eben. Aber wir haben doch hier. Ach so. Ah ja. Das war das Sniper's Gift, der da oben gekriegt hat. Ach so. Den habe ich aber auch nicht gesehen, komischerweise. Nee. Extra dahin geguckt, aber... Da gibt es nicht auf, was ich Advisory ist. Das war's. Ich bin ja auch. связi ich mit dem, ergänzen. Wir können jetzt auch ein paar Zeitände. Ich bin ja auch im Grunde genommen. ich bin auch voll auf kochfalz ich bin auch voll auf kochfalz Oh, ich bin mal entkommen, Alter. Ich fasse es ja nicht. Ich habe eine gute Wurzkniffte mit rausgeschleppt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017